Hallo, mein Name ist Philipp Köster, ich bin Chefredakteur von Elf Freunde. Ihr kennt mich aus populären TV-Formaten wie dem DSF Doppelpass und Harz, aber herzlich. Und heute, wir gucken auf die Uhr und auf den Kalender, ist der 24. Dezember, das allerletzte Türchen. Die ganze Elf Freunde-Redaktion wünscht euch natürlich frohe Weihnachten und hofft euch, die Festtage noch zu versüßen mit dem heutigen Gewinn, denn heute gibt es eine Uhr zu gewinnen. Der Chronograph von Michel Herbelin. Keine Ahnung, ob man es so ausspricht, vielleicht heißt es auch Michel Herbelin. Man steckt nicht drin. Und die heutige Aufgabe ist, findet mich, findet den ollen Köster. Man hat mich gebeamt, gemorpht in die Masse unserer hier bei Elf Freunde beschäftigten Lohnsklaven und wackeren Arbeiter im Weinberg des Herrn. Also, findet mich im Wimmelbild, wo ist Köster? Ich bin Wimmelbild, wo ist Köster? Also, wer mich jetzt nicht gefunden hat, der muss nochmal zum Optiker. Ich war sehr, sehr leicht zu finden. Und nochmal, frohe Weihnachten an alle aus der Elf Freunde-Redaktion.